Nein! Hallo! Ich habe es geschafft! Hallo! Nach 30.000 Stunden! Folgen. Ja, muss laufen. Oh, der will mit uns reden. Ich will aber nicht mit dir reden. Du kannst nicht reden. Oh, es kommen noch mehr. Die schauen alle gleich aus. So. So. Der Dragonborn erscheint in diesem Moment, in der Zeitung der Zeit. Ich will sehen, ob du wirklich das Geschenk haben möchtest. Schau uns, Dragonborn. Lass uns den Geschmack von deinem Spruch. Unreelending, haben wir das auch gerade? Ja. Ähm. Er schreie nach. Du hast die Kraft von deinem Spruch. Dragonborn. Es ist dir. Willkommen in High Hrothgar. Peace! Ich bin Meister Angir. Ich spreche für die Gräbierer. Jetzt, erzähl mir, Dragonborn. Warum habt ihr hier gekommen? Ja. 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 Na gut, im Herzen sagen wir nicht Meister. Na gut, im Herzen sagen wir nicht Meister. Ja. Ja. Ich werde dir bestellen, wie du dein Geschenk benutzen kannst. Im Verwaltung des Lebens. Das ist für dich zu finden. Wir können dir den Weg zeigen, aber nicht deine Bestimmung. Alle Wege führen nach Rom. Okay, so jetzt erstmal hier, wer bist denn du? Na genau, was bist du? Ach nein, wer bist du? Was bist du? Wer ist dieser Ort? Das wissen wir schon. Das wusste man nicht. Wissen. Typ. Okay, und was bedeutet das hier Dragonborn Zeug? Zu sein? Tun? Tun? Äh, ich bin nicht echt? Wirklich? Du bist nicht der Erste. Es wurden viele von den Dragonborn Zeug, seit Akatosh erst das Gift auf den Mortalkern bestand. Vielleicht bist du der einzige Dragonborn in dieser Ehe. Oh, nein. Du bist der einzige, der in dieser Ehe veröffentlicht wurde. Das ist alles, was ich sagen kann. Wir haben auch ein anderes Gift. Oh Gott. Ich weine gerade. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Ich 170��ier. K소리 ein spicyer Napier. Ich kann er nicht更art hallen. Ich vermutlich habe es aber nicht die Identität zu tun. Seid ihr da vorkennt, Es ist eine große Praxis, um es zu benutzen, in einem Shouten zu benutzen. Das ist wie die Rest von uns lernen. Als Dragonborn, du kannst du ein Slain-Dragons-Life-Forsche und Wissen direkt auswählen. Als Teil von deinem Initiativen, Master Einarth wird, dass du ihn in seine Verständnis zu tapen. Absolut. Oh, was machst du denn? Jetzt, lass uns sehen, wie schnell du kannst du deinen neuen Filmen. Use deine unrelentende Forst-Shout, um die Tore zu schreien. Welche Tore? Wenn sie erscheinen. Ich kann nur noch mal Fusen. Ach so, use both words. Vielleicht müssen wir das noch irgendwie machen, vorher. Aber der hat mir ja nur ein Roh beigebracht. Ja. Aber das ist ja jetzt der zweite Teil von diesem. Vielleicht müssen wir das erst mal freischalten. Wie? Keine Ahnung, indem man erst mal auf dem Ding bleibt, wo es die Dinger sind. Klick da mal auf Ballon. Auf Balance. Recharge. 15, 20... Ach so, vielleicht waren wir noch nicht aufgeladen oder so. Ja, auf jeden Fall ist es das, also... Hm, komm. Geht's weg. Erzähl auf beiden Worten, wenn du kannst. Ja, wir müssen schon gleich sehen... Geht's weg. Geht's weg! Oh nee, frage ich mich trotzdem. Geht's weg! Erzähler! Geht's weg! Ah. Warum? Okay. Ähm... Es scheint ja wirklich eine Aufladezeit noch dabei zu sein. Gut getan! Wieder? Ja, wahrscheinlich bis das Blaue weg ist. Ne? Entschuldigung. Ja, woher wissen wir es jetzt, dass das aufgeladen ist? Oder auch nicht, hm. Jetzt ist das Füß aufgeladen, aber noch das andere. Was ich nicht, kann man schauen, ob man das irgendwo nachgucken kann? Ähm, da steht jetzt nix. Ach, Grimmel die Grimmel. 15-20, ja, wenn das jetzt in Sekunden ist. Tritra tralala, oh. Und weg ist er. Der Geist ist nimmer da. Gib mir ein Geist. Gib mir ein Geist! Gib mir ein Geist! Das hört sich so doof an. Füß! Hey, du! Hä? Wie zum Henker? Länger drauf bleiben? Ja, aber offensichtlich können wir es nicht. Keine Ahnung. Ne, vorhin ging es... Gib mir ein Geist! Weiß! Weiß! Du blöder Daumen. Wieso musst du so schnell sein? Du bist mit beiden fuß und roß. together they will make the shouting more powerful. Aber das kann doch nicht so schwer sein hier einen Knopf zu drücken, ey. G Bart! Wo ist das? Wo ist das? Länger drauf bleiben. Aha, dann hast du dir gleich mitgestunnt. Ja, Mann. Jetzt schneide ich es endlich. Wir brauchen Zeit. Ach, Keks. Du lernst schnell. Nein, ich glaube nicht. Hast du noch nicht mitgezählt? Wo ist das? Da hinten voll weggeschubert. Was ist das? Dein Schiff. Dein Schiff. Dein Schiff. Dein Schiff. Wer ist das? Sie schauen alle gleich aus. Der mit dem Pfeil auf dem Kopf. Ohne Mist. Ich bin schneller. Kann ich Türen öffnen? Ich glaube, das haben wir schon öfters gemacht. Kennen Sie Türen? Kommst du? Ja, perfekt. Bean. Was ist das? Was ist das? Mach den nicht verrückt, den Typ. Sonst hat er auch noch einen Bug. Es geht ab. Achso, ist er auch da. Ich sehe dich. Sprint? Ah! Sprint? Der macht doch was mit dir. Hast du wieder andere? Ja. Was ist das? Das ist ein Momentchen. Das ist ein Momentchen. Ja. Das ist ein Momentchen. Das ist ein Momentchen. Toll, wo du hinschaust. Wow. Wow. Du guckst halt voll in die falsche Richtung. Ja, das sein könnte sie da hingehen, um dahinter zu rennen und nicht da durch. Habe ich es jetzt an? Okay, ich habe es nicht da, also habe ich es an. Wir wussten, wann es auf ist. Ja. Achso, er gibt das Signal. Verflucht. Servus! Arngeier. Arngeier. Edo. Es ist einfach. Es funktioniert. Ich mache es einfach. Es funktioniert. Du bist klar. Okay. 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 Noch was? Jetzt fertig? Okay, jetzt mal her. Okay, warum sind die Drachen wieder da? Hat es was mit mir zu tun? Keine Werte. Die Beziehung eines Drachen, die von dieser Zeit ist nicht ein Verlust. Dein Bestand ist sicherlich mit dem Rückgang der Drachen. Du solltest auf die Beziehung des Drachen fokussieren. Und bald wird dein Weg klarer gemacht. Äh, wollen wir mehr müssen? Ja, freilich, komm. Wissen. Rück raus, Alter! Wir wissen, was wir wissen, was du nicht tun hast. Das bedeutet nicht, dass du es bereit bist, zu verstehen. Lass dich nicht, dass dein einfaches Gehirn der Beziehung dich in die Arroganz der Macht empfehlen. Das war der Verlust von vielen Drachen, die vor dir. Ja, das mit der hier, warum in der Drachensprache. Genau. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Wenn ich Knopfe drücken kann. Ja genau. Warum gibt es noch vier von euch? Fünf. Nämlich. 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 Sprach, woher ist. Ja, und wenn ich- Nämlich. 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 Wynruver ist da, dieser. Ah, Wynruver? Wahrscheinlich. ... der Angelegenheit der Norde. Der Master der Sprache oder Sprache. Nach dem Verkaufstück in Red Mountain, wo der Norde des Armeen wurde verabschiedet, er hat viele Jahre nach dem Sinn des Wurzigen. Er hat endlich gehört, dass die Gäste die Norde verabschieden für ihre unvergültige und blöden Verbrauch von der Sprache. Er war der erste, die die Sprache nur für die Gäste und die Gäste, nicht die Gäste der Menschen. Jürgen Windchallers Master der Sprache hat letztendlich alle Opposition und der Weg der Sprache wurde geboren. Okay, und was ist jetzt eigentlich der Weg der Stimme? Der ist ja nicht lauter. Er gab den Mordern die Möglichkeit, zu sprechen, als Drakons zu tun. Obwohl dieses Gäste oft verwendet wurde, der einzige echte Verwendung der Sprache ist für die Gäste und die Gäste der Gäste. Die echte Verwendung der Sprache kann nur erreicht werden, wenn dein innerer Gehirn in harmonie mit deinen auferen Aktionen In der Kontemplation des Skies, Kinnereths Domain Die ist einfach mal laut. Echt? Aber eigentlich, ich versuch's, dem Weg zu gehen. Das ist verwendet. Aber erinnert, das Drakons Blut ist selbst ein Gäste von Akatosh. Nicht versuchen, dieses Gäste zu verhindern. Dein Deinem braucht dich, deine Sprache zu benutzen. Warum hätte Akatosh diese Kraft auf dich bestellt? Wenn du erinnern, die Kontinente zu benutzen? Ja, das kann. Weil er Lust hat. Ja, sonst haben wir eigentlich alles durch. Na, vielleicht über die Graubiards? Das noch? Erzähl mal über euch. Deine Sprache. Seine Sprache sind zu großartig, für jemanden, der nicht trainiert ist, in der Weg zu verhindern. Selbst ein Whisperer könnte dich töten. Sky, Gajou. Jig. Du, F. Doof. Doof. Speichern. Doch, ein F. 4. So, und nun? Ich muss Sachen holen. Achso, ja, genau. Achso, nein. Das wollte ich... Dann machen wir das noch. Versuchen noch was zu tun. Das da. Okay, wo ist das? Boah, was haben wir schon alles gesehen? Da. durchzufangen vielleicht kann man das da tun wenn man was neues nicht nur was noch zu 34 ach ja hier das ist ja ich jetzt mit uns anderen ok warum kommt ihr auf mich zu geht weg ich mag euch nicht patrouillieren ja einfach geht einfach weiter kalt ist ich weiß nur was du von was we know you were the false dragonborn you shall not stand in the way of the true dragonborns return und we shall offer him your heart when lord mirak appears all shall bear witness none shall stand to oppose him stop und und was machst du drücken ist mir aufgefallen ich gewinne werde was zum hänker auch gut tot auf einmal tot geld ja auf gewicht aufpassen ich weiß mit nur uns nicht geset ja das ist auch die andere schlug im wasser ja und die treibt sogar cool hydrolic 1 mit 9 kalt ist oder ist ja wunderbar ja dann guck doch mal ich wollte aus dem wasser ich mag es nicht wenn es nass ist ich finde es nie wieder war es schon direkt mit der maus drauf so gehen wir weg ich sehe nichts los du sollst heim das ist mein fuß lass meinen fuß in ruhe ich lese dich so ich lese dich auch ich kann lesen ich lese dich verbieten lechend und mann oder 120.000 tonnen zu tun ja nur weil ich lesen die gaul du legende du gaul du okay ich bin dran ach so du bist schon wieder dran gut dann ja 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 Vielen Dank.